Hallo zusammen, meine Lieben. Der Countdown läuft. Soulmates kommt nach München. Was ist Soulmates? Soulmates sind drei Musiker. Zwei aus Berlin, einer aus München. Das sind Jo Ambrose an den Gitarren. René Gießen, Mundharmonika und Bluesharp. Und ich bin für den Gesang zuständig. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem neuen Programm Intimate Songs am 28. und 29. April im Hofspielhaus in München kastieren. Und wir freuen uns natürlich auch auf euch. Und ich hoffe, ihr kommt zahlreich. Soulmates ist ein kleines und feines Jazzprogramm. Mit Komponisten von George Gershwin, DC Gillespie, Steven Sondheim und viele mehr werden große Songs in ganz kleiner Besetzung hautnah für euch gespielt. Musik When she walks, she's like a Samba. Then swings her Cooper and sways her Chamba. Then when she passes, each one she passes goes up. Oh, but I watch her so sadly. Oh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. Also meine lieben Freunde, wir freuen uns auf euch. Tickets gibt es unter www.hofspielhaus.de 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 Und nochmal das Datum. Wir spielen am 28. und 29. April jeweils um 20 Uhr im Hofspielhaus München. Wir freuen uns auf euch. Ciao. ne화 Wir freuen uns auf euch. No, 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 no.